Kadmos Kadmos war ein Sohn des phönizischen Königs Agenor, ein Bruder der Europa. Als Zeus, in einen Stier verwandelt, diese entführt hatte, sandte ihr Vater den Kadmos und dessen Brüder aus, sie zu suchen, und ohne sie erlaubte er ihnen nicht wieder zurückzukommen. Lange hatte Kadmos vergebens die Welt durchirrt, ohne des Zeus Schliche entdecken zu können. Als er die Hoffnung verloren hatte, seine Schwester wieder aufzufinden, scheute er seines Vaters Zorn, wandte sich an das Orakel des Phöbos Apollo und forschte, welches Land er inskünftige bewohnen sollte. Apollo gab ihm die Weisung, du wirst ein Rind auf einsamen Auen treffen, das noch kein Joch geduldet hat. Von diesem sollst du dich leiten lassen. Und an dem Platze, wo es im Grase ruhen wird, erbaue Mauern und nenne die Stadt Theben. Kaum hatte Kadmos die gastalische Höhle verlassen, wo Apolls Orakel war, als er schon auf der grünen Weide eine Kuh sich bedächtig ergehen sah, die noch kein Zeichen der Dienstbarkeit um den Nacken trug. Lautlos zu Phöbos betend folgte er mit langsamen Schritten den Spuren des Tieres. Schon hatte er die Furt des Kephissos durchwartet und war über eine gute Strecke Landes gekommen, als auf einmal das Rind stille stand, sein Gehörn gen Himmel streckte und die Luft mit Brüllen erfüllte. Dann schaute es rückwärts nach der Schar der Männer, die ihm folgte und kauerte sich endlich im schwellenden Grase nieder. Voll Dankes warf sich Kadmos auf der fremden Erde nieder und küßte sie. Hierauf wollte er dem Zeus opfern und hieß die Diener sich aufmachen, um ihm Wasser aus lebendigem Quell zum Trankopfer zu holen. Dort war ein altes Gehölz, das noch von keinem Beile jemals ausgehauen worden war. Mitten darin bildete durch zusammengefügtes Felsgestein mit Gestrüppe und Strauchwerk verwachsen eine Kluft, reich an Quellwasser, ein niedriges Gewölbe. In dieser Höhle versteckt ruhte ein grausamer Drache. Weithin sah man seinen roten Kamm schimmern. Aus den Augen sprühte Feuer, sein Leib schwoll von Gift, mit drei Zungen zischte er und mit drei Reihen Zähne war sein Rachen bewaffnet. Wie nun die Phönizier den Haien betreten hatten und der Krug, niedergelassen, in den Wellen plätscherte, streckte der bläuliche Drache plötzlich sein Haupt weit aus der Höhle und erhob ein entsetzliches Zischen. Die Schöpfurnen entglitten der Hand der Diener und vor Schrecken stockte ihnen das Blut im Leibe. Der Drache aber verwickelte seine schuppigen Ringe zum schlüpfrigen Knäuel, dann krümmte er sich im Bogensprunge und über die Hälfte aufgerichtet schaute er auf den Wald herab. Darauf reckte er sich gegen die Phönizier aus, tötete die einen durch seinen Biss, die anderen erdrückte er mit seiner Umschlingung, noch andere erstickte sein bloßer Anhauch und wieder andere brachte sein giftiger Geifer um. Kadmos wusste nicht, warum seine Diener so lange zauderten. Zuletzt machte er sich auf, selbst nach ihnen zu schauen. Er deckte sich mit dem Fälle, dass er einem Löwen abgezogen hatte, nahm Lanze und Wurfspieß mit sich, dazu ein Herz, das besser war als jede Waffe. Das Erste, was ihm beim Eintritt in den Hain aufstieß, waren die Leichen seiner getöteten Diener, und über ihnen sah er den Feind mit geschwollenem Leibe triumphieren und mit der blutigen Zunge die Leichname belecken. Ihr armen Genossen, rief Kadmos voll Jammer aus, entweder bin ich euer Rächer oder der Gefährte eures Todes. Mit diesen Worten ergriff er ein Felsstück und sandte es gegen den Drachen. Mauern und Türme hätte wohl der Stein erschüttert, so groß war er. Aber der Drache blieb unverwundet. Sein harter, schwarzer Balk und die Schuppenhaut schirmten ihn wie ein eherner Panzer. Nun versuchte es der Held mit dem Wurfspieß. Diesem hielt der Leib des Ungeheuers nicht stand. Die stählerne Spitze stieg tief in sein Eingeweide nieder. Wütend vor Schmerz drehte der Drache den Kopf gegen seinen Rücken und zermalmte dadurch die Stange des Wurfspießes. Aber das Eisen blieb im Leibe stecken. Ein Streich vom Schwerte steigerte noch seine Wut. Der Schlund schwoll ihm auf und weißer Schaum floss aus dem giftigen Rachen. Aufrechter als sein Baumstamm schoss der Drache hinaus. Dann rannte er mit der Brust wieder gegen die Waldbäume. Agenors Sohn wich dem Anfalle aus, deckte sich mit der Löwenhaut und ließ die Drachenzähne an der Lanzenspitze sich abmüden. Endlich fing das Blut aus dem Untier aus dem Halse zu fließen und rötete die grünen Kräuter umher. Aber die Wunde war nur leicht, denn der Drache wich jedem Stoß und Stiche aus und verstattete den Streichen nicht, fest zu sitzen. Zuletzt jedoch stieß ihm Kadmos das Schwert in die Gurgel. So tief, dass es hinterwärts in einen Eichbaum fuhr und mit dem Nacken des Ungeheuers zugleich der Stamm durchbohrt wurde. Der Baum wurde von dem Gewichte des Drachen krumm gebogen und seufzte, weil er seinen Stamm von der Spitze des Schweifes gepeitscht fühlte. Nun war der Feind überwältigt. Kadmos betrachtete den erlegten Drachen lange. Als er sich wieder umsah, stand Pallas Athene, die vom Himmel her niedergefahren war, zu seiner Seite und befahl ihm, sofort die Zähne des Drachens als Nachwuchs künftigen Volkes in aufgelockertes Erdreich zu säen. Er gehorchte der Göttin, öffnete mit dem Pflug eine breite Furche auf dem Boden und fing an, die Drachenzähne, wie ihm befohlen war, die Öffnung entlang auszustreuen. Auf einmal begann die Scholle sich zu rühren und aus den Furchen hervor blickte zuerst nur die Spitze einer Lanze. Dann kam ein Helm hervor, auf welchem ein farbiger Busch sich schwenkte. Bald ragten Schulter und Brust und bewaffnete Arme aus dem Boden und endlich stand ein gerüsteter Krieger da, vom Kopf bis zum Fuße der Erde entwachsen. Dies geschah an vielen Orten zugleich und eine ganze Saat bewaffneter Männer wuchs vor den Augen des Phöniziers empor. Agenors Sohn erschrak und war gefasst darauf, einen neuen Feind bekämpfen zu müssen. Aber einer von dem erdentspossenen Volke rief ihm zu, »Nimm die Waffen nicht, menge dich nicht in innere Kriege!« Sofort holte dieser auf einen der ihm zunächst aus der Furche hervorgekommenen Brüder mit einem Schwertstreich aus. Ihn selbst streckte zu gleicher Zeit ein Wurfspieß nieder, der aus der Ferne geflogen kam. Auch der, welcher ihm den Tod gegeben, verhauchte unter einer Wunde den kaum empfangenen Lebensatem bald wieder. Der ganze Männerschwarm tobte in fürchterlichem Wechselkampfe. Fast alle lagen mit zuckender Brust auf dem Boden, und die Mutter Erde trank das Blut ihrer eben erst geborenen Söhne. Nur fünf waren übrig geblieben. Einer davon, er ward später Echion genannt, warf zuerst auf Athenis Geheiß die Waffen zur Erde und er bot sich zum Frieden. Ihm folgten die anderen. Mit dieser fünf erdentspossenen Kriegerhilfe baute der phönizische Fremdling Kadmos die neue Stadt, dem Orakel des Phöbos gehorsam, und nannte sie, wie ihm befohlen war, Theben. Pentheus Zu Theben ward Bacchus oder Dionysos, der Sohn des Zeus und der Semele, der Enkel des Kadmos, wunderbar geboren, der Gott der Fruchtbarkeit, der Erfinder des Weinstocks. In Indien erzogen, verließ er bald die Nymphen, seine Pflegerinnen und durchreiste die Länder, um allenthalben die Menschen zu bilden, den Bau des herzerfreuenden Weines zu lehren und die Verehrung seiner Gottheit zu gründen. So gütig er gegen seine Freunde war, so hart bestrafte er diejenigen, die seinen Gottesdienst nicht anerkennen wollten. Schon war sein Ruhm durch die Städte Griechenlands und bis zur Stadt seiner Geburt nach Theben gedrungen. Dort aber herrschte Pentheus, welchem Kadmos das Königreich übergeben hatte, der Sohn des erdentsprossenen Echion und der Agave, einer Mutterschwester des Bacchus. Dieser war ein Verächter der Götter und zumeist seines Verwandten, des Dionysos. Als nun der Gott mit seinem jauchzenden Gefolge von Bakanten herannahte, um sich dem Könige von Theben als Gott zu offenbaren, hörte dieser nicht auf die Warnung des blinden, greisen Seas Tiresias und als ihm die Nachricht zu Ohren kam, dass auch aus Theben Männer, Frauen und Jungfrauen zur Verehrung des neuen Gottes hinausströmten, fing er an, ergrimmt zu schelten. Welch ein Wahnsinn hat euch betört, ihr drachenentsprossenen Thebaner, dass euch, die kein Schlachtschwert, keine Trompete jemals geschreckt hat, jetzt ein weichlicher Zug von berauschten Toren und Weibern besiegt und ihr Phönizier, die ihr weit über Meere hierher gefahren seid und euren alten Göttern eine Stadt gegründet, habt ihr ganz vergessen, aus welchem Heldengeschlecht ihr gezeugt seid? Wollt ihr es dulden, dass ein wehrloses Knäblein Theben erobere, ein Weichling mit balsamtriefendem Haar, auf dem ein Kranz aus Weinlaub sitzt, in Purpur und Gold, anstatt in Stahl gekleidet, der kein Rost tummeln kann, dem keine Wehr, keine Fede behakt. Wenn nur ihr wieder zur Besinnung kommet, so will ich ihn bald nötigen, einzugestehen, dass er ein Mensch ist, wie ich, sein Vetter, dass nicht Zeus, sein Vater, und all diese prächtige Gottesverehrung erlogen ist. Dann wandte er sich zu seinen Dienern und befahl ihnen, den Anführer dieser neuen Raserei, wo sie ihn antreffen, zu fassen und in Fesseln herzuschleppen. Seine Freunde und Verwandte, die um den König waren, erschraken über diesen frechen Befehl. Sein Ahnherr Kadmos, der in hohem Greisenalter noch lebte, schüttelte das Haupt und missbilligte das Tun des Enkels. Aber durch Ermahnungen wurde seine Wut nur gestachelt. Sie schäumte über alle Hindernisse hin, wie ein rasender Fluss über das Wehr. Unterdessen kamen die Diener mit blutigen Köpfen zurück. »Wo habt ihr den Backos?« rief ihnen Pentheus zornig entgegen. »Den Backos?« antworteten sie. »Haben wir nirgends gesehen.« »Dafür bringen wir hier einen Mann aus seinem Gefolge.« »Er scheint noch nicht lange bei ihm zu sein.« Pentheus starrte den Gefangenen mit grimmigen Augen an und schrie dann, »Mann des Todes!« »Denn auf der Stelle musst du, den anderen zu einem warnenden Beispiele, sterben.« »Sag an!« »Wie heißt dein und deiner Eltern Name?« »Wie dein Land?« »Und, sag auch, warum verehrst du die neuen Gebräuche?« Frei und ohne Furcht erwiderte jener, »Mein Name ist Akötes, meine Heimat Meonien, meine Eltern sind aus dem gemeinen Volke. Keine Fluren, keine Herden ließ mir der Vater zum Erbteil. Er lehrte mich nur die Kunst, mit der Angelrute zu fischen, denn diese Kunst war all sein Reichtum.« Bald lernte ich auch ein Schiff regieren, die leitenden Gestirne, die Winde, die wohlgelegenen Häfen kennen und fing an, Schifffahrt zu treiben. Einst, auf einer Fahrt nach Delos, geriet ich an eine unbekannte Küste, wo wir anlegten. Ein Sprung brachte mich auf den feuchten Sand und ich übernachtete hier noch ohne die Gefährten am Ufer. Des anderen Tages machte ich mich mit der ersten Morgenröte auf und bestieg einen Hügel, um zu sehen, was der Wind uns verspreche. Inzwischen hatten auch meine Gefährten gelandet und auf dem Rückwege nach dem Schiffe begegnete ich ihnen, wie sie gerade einen Jüngling mit sich schleppten, den sie am verlassenen Gestade geraubt hatten. Der Knabe, von jungfräulicher Schönheit, schien vom Weine betäubt, taumelnd wie von Schläfrigkeit und hatte Mühe, ihnen zu folgen. Als ich Angesicht, Haltung, Bewegung des Jünglings näher ins Auge fasste, schien sich mir an demselben etwas Überirdisches zu offenbaren. Was für ein Gott in dem Jüngling sei, so sprach ich zu der Mannschaft, weiß ich noch nicht recht, aber so viel ist mir gewiss, dass ein Gott in ihm ist. Wer du auch seiest, sprach ich weiter, sei uns hold und fördere unsere Arbeit. Verzeih auch diesen, die dich geraubt. Was fällt dir ein, rief ein anderer, lass du das beten. Auch die Übrigen lachten über mich, von Raubgier verblendet, und somit fassten sie den Knaben, um ihn in das Schiff zu schleppen. Vergebens stellte ich mich entgegen, der Jüngste und Kräftigste unter der Rotte, aus einer tyrannischen Stadt wegen eines Mordes flüchtig, packte mich an der Gurgel und schleuderte mich hinaus. Ich wäre im Meere ertrunken, wenn mich das Takelwerk nicht aufgefangen hätte. Inzwischen lag der Knabe, wie im tiefen Schlummer, auf dem Schiffe, wohin man ihn gebracht hatte. Plötzlich, wie vom Geschrei erwacht und vom Rausche zurückgekehrt, raffte er sich auf, trat unter die Schiffer und rief, »Welcher Lärm! Sprecht, ihr Männer! Durch welches Geschick kam ich ihr her? Wohin wollt ihr mich bringen?« »Fürchte dich nicht, »Fürchte dich nicht, Knabe!« sprach einer der falschen Schiffer. »Nenne uns nur den Hafen, nach welchem du gebracht zu werden wünschest. Gewiß, wir setzen dich ab, wo du es verlangst.« »Nun wohl«, sprach der Knabe, »so richtet den Lauf nach der Insel Naxos. Dort ist meine Heimat.« Die Betrüger versprachen es ihm bei allen Göttern und hießen mich die Segel richten. Uns zur rechten Seite lag Naxos. Wie ich nun die Segel rechts hinspanne, winken und murmeln sie mir alle zu. »Unsinniger, was machst du? Was für ein Wahnwitz plagt dich! Fahr links!« Ich erstaunte darüber und begriff sie nicht. »Nehme sich ein anderer des Schiffes an«, sprach ich und trat auf die Seite. »Als ob das Heil unserer Fahrt allein auf dir beruhte, schrie mir ein roher Geselle zu und verrichtete das Geschäft anstatt meiner.« So ließen sie Naxos liegen und steuerten in der entgegengesetzten Richtung. Hohn lächelnd, als ob er den Trug jetzt erst bemerkte, schaute der Götterjüngling vom Hinterverdeck in die See und endlich, mit verstellten Tränen, sprach er, »Wehe, nicht diese Gestade verhießet ihr mir, Schiffer, dies ist nicht das erbetene Land. Ist es auch recht, dass ihr alten Männer ein Kind auf diese Weise täuscht?« Aber die gottesvergessene Rotte spottete seiner und meiner Tränen und ruderte eilig davon. Plötzlich aber, als um Schlösse sie eine trockene Schiffswerft, stand die Barke mitten im Meere still. Vergebens schlagen ihre Ruder die See, ziehen sie die Segel herab, streben fort mit doppelter Kraft. Efeu fängt an, die Ruder zu umschlingen, kriecht rückwärts in geschlängelter Windung herauf, streift mit seinen schwellenden Träubchen schon die Segel. Backos selbst, denn er war es, steht herrlich da, die Stirn mit Beeren belasteten Trauben bekränzt, den mit Weinlaub umschlungenen Tyrosstab schwingend. Tiger, Luchse, Panther erschienen um ihn gelagert, ein duftiger Strom von Wein ergoss sich durch das Schiff. Jetzt sprangen die Männer scheu empor, in Furcht und Wahnsinn. Dem Ersten, der aufschreien wollte, krümmte sich Mund und Nase zum Fischmaul, und ehe die Andern sich darüber entsetzen konnten, war auch ihnen das gleiche geschehen. Ihr Leib senkte sich, von blauen Schuppen umgeben, das Rückgrat wurde hochgewölbt, die Arme schrumpften zu Floßfedern ein, die Füße vereinigten sich zu einem Schwanze, sie waren alle zu Fischen geworden, sprangen in das Meer und tauchten auf und nieder. Ich von Zwanzigen war allein übrig geblieben, aber ich zitterte an allen Gliedern und erwartete jeden Augenblick dieselbe Verwandlung. Bacchus jedoch sprach mir freundlich zu, weil ich ihm ja nur Gutes erwiesen habe. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »und steuere mich gen Naxos.« Als wir dort gelandet hatten, weihte er mich an seinem Altar zum feierlichen Dienste seiner Gottheit ein. »Schon zu lange horchen wir deinem Geschwätz«, schrie jetzt der König Pentheus. »Auf, ergreift ihn, ihr Diener, peinigt ihn mit tausenden Matern und schickt ihn zur Unterwelt hinab.« Die Knechte gehorchten und warfen den Schiffer gefesselt in einen tiefen Kerker. Aber eine unsichtbare Hand befreite ihn. Nun begann erst die ernstliche Verfolgung der Bacchusfeier. Des Pentheus eigene Mutter, Agave und ihre Schwestern hatten Teil an dem rauschenden Gottesdienste genommen. Der König sandte nach ihnen aus und ließ alle Bakantinnen in den Stadtkerker werfen. Aber ohne Hilfe eines Sterblichen werden auch sie ihrer Bande ledig. Die Pforten ihres Gefängnisses tun sich auf und sie rennen in backischer Begeisterung frei in den Wäldern umher. Der Diener, der abgesandt worden, mit bewaffneter Macht den Gott selbst einzufangen, kam ganz bestürzt zurück, denn jener hatte sich willig und lächelnd den Fesseln dargeboten. So stand er jetzt gefangen vor dem Könige, der selbst nicht umher konnte, seine jugendliche göttliche Schönheit zu bewundern. Und doch beharrte er in seiner Verblendung und behandelte ihn als einen Betrüger, der den Namen Bakos fälschlich führe. Er ließ den gefangenen Gott mit Fesseln belasten und im hintersten und tiefsten Teile seines Palastes, in der Nähe der Pferdekrippen, in einem dunklen Loche verwahren. Auf des Gottes Geheiß spaltete jedoch ein Erdbeben das Gemäuer, seine Bande verschwanden. Er trat unversehrt und herrlicher als zuvor in die Mitte seiner Verehrer. Ein Bote über den anderen kam vor den König Pentheus und meldete ihm, welche Wundertaten die Chöre begeisterter Frauen, von seiner Mutter und ihren Schwestern angeführt, verrichteten. Ihr Stab durfte nur an Felsen schlagen, so sprang Wasser oder sprudelnder Wein heraus. Die Bäche flossen unter seinem Zauberschlage mit Milch, aus den hohlen Bäumen träufelte Honig. Ja, fügte einer der Boten hinzu, wärst du zugegen gewesen, o Herr, und hättest den Gott, den du jetzt schillst, selbst gesehen, du würdest dich in Gebeten vor ihm niedergeworfen haben. Pentheus, immer entrüsteter, bot auf diese Nachrichten alle schwer bewaffneten Krieger, alle Reiter, alle leicht Beschildeten gegen das rasende Weiberheer auf. Da erschien Backos selbst wieder und trat als sein eigener Abgeordneter vor den König. Er versprach, ihm die Bakantinnen entwaffnet fortzuführen, wenn nur der König selbst die Frauentracht anlegen wolle, damit er nicht als Mann und Uneingeweihter von ihnen zerrissen werde. Ungerne und mit sehr natürlichem Misstrauen ging Pentheus auf den Vorschlag ein. Doch folgte er endlich dem Gotte zur Schlachtbank. Aber als er hinausschritt zur Stadt, war er schon vom Wahnsinne, den ihm der mächtige Gott zugesandt hatte, besessen. Ihm deuchte es, als schaue er zwei Sonnen, ein gedoppeltes Theben und jedes seiner Tore zwiefach. Backos selbst kam ihm vor wie ein Stier, der mit großen Hörnern an dem Kopfe vor ihm herschreite. Er selbst wurde, wider Willen, von backischer Begeisterung ergriffen, verlangte und er hielt einen Thürerstab und stürmte in Raserei dahin. So gelangten sie in ein tiefes, quellenreiches, von Fichten beschattetes Tal, wo die Backos-Priesterinnen ihrem Gotte Hymnen sangen, andere ihre Thürerstäbe mit frischem Efeu bekleideten. Des Pentheus Augen aber waren mit Blindheit geschlagen, oder sein Führer Backos hatte ihn so zu leiden gewusst, dass sie die Versammlung der begeisterten Frauen nicht gewahr wurden. Der Gott fasste nun mit seiner wunderbar in die Höhe reichenden Hand den Gipfel eines Tannenbaumes, beugte ihn hernieder, wie man einen Weidenzweig biegt, setzte den wahnsinnigen Pentheus darauf und ließ den Baum sachte und vorsichtig allmählich wieder in seine vorige Lage zurückkehren. Wie durch ein Wunder blieb der König fest sitzen und erschien auf einmal, hoch auf dem Tannenwipfel hingepflanzt, den Bakantinnen im Tale, ohne dass er sie erblickte. Dann rief Dionysos mit lauter Stimme ins Tal hinab, »Ihr Mägde, schauet hier den, der unsere heiligen Feste verspottet, bestrafet ihn!« Der Äther schwieg, kein Blatt im Walde regte sich, kein Schrei eines Wildes ertönte. Auf richteten sich die Bakantinnen, ihre Augen leuchteten in irrem Glanz, so horchten sie auf der Stimme Hall, die zum zweiten Mal ertönte. Als sie in dem Wort ihren Meister erkannt, schossen sie dahin, schneller denn Tauben. Wilder Wahnsinn, vom Gott gesandt, trieb sie mitten durch die angeschwollenen Waldbäche. Endlich waren sie nahe genug gekommen, um ihren Herrn und Verfolger auf dem Tannenwipfel sitzen zu sehen. Schnell flogen Kiesel, abgerissene Tannenäste, Türestäbe gegen den unglücklichen Empor, ohne die Höhe zu erreichen, in der er zittern schwebte. Endlich durchwühlten sie mit harten Eichenästen, den Boden rings um den Tannenbaum, bis die Wurzel bloß war und Pentheus unter lautem Jammergeschrei mit der stürzenden Tanne aus der Höhe zu Boden fiel. Seine Mutter Agave, vom Gotte geblendet, dass sie den Sohn nicht wiedererkannte, gab das erste Zeichen zum Morde. Dem Könige selbst hatte die Angst seine volle Besinnung wiedergegeben. »Mutter«, rief er, sie umhalsend, »kennst du deinen Sohn nicht mehr, deinen Sohn Pentheus, den du im Hause Echions geboren? Hab Erbarmen mit mir, sei du es nicht, Mutter, die meine Sünden am eigenen Kinde straft.« Aber die wahnsinnige Backos-Priesterin, schäumend und mit weit aufgesperrten Augen, sah nicht ihren Sohn in Pentheus, sondern glaubte, einen Berglöwen in ihm zu erblicken, fasste ihn an der Schulter und riss ihm den rechten Arm vom Leibe. Die Schwestern verstümmelten den Linken. Die ganze wütende Rotte stürmte auf ihn ein. Jede ergriff ein Glied des Zerrissenen. Agave selbst umklammerte das entrissene Haupt mit blutigen Fingern und trug es als ein Löwenhaupt auf einen Pyrrostab gesteckt durch die Wälder des Kithairon. So rächte der mächtige Gott Backos sich an dem Verächter seines Gottesdienstes. Perseus Perseus, der Sohn des Zeus, wurde mit seiner Mutter Danae von dem Großvater Akrisios, Könige von Agos, dem ein Orakelspruch gesagt hatte, dass ein Enkel ihm Leben und Thron rauben würde, in einen Kasten eingeschlossen und ins Meer geworfen. Zeus behütete sie in den Stürmen des Meeres und sie schwammen bei der Insel Serephos ans Land. Dort herrschten zwei Brüder, Dictis und Polydectis. Dictis fischte eben, als der Kasten angeschwommen kam und zog ihn ans Land. Beide Brüder nahmen sich der Verlassenen liebreich an. Polydectis erhob die Mutter zu seiner Gemahlin und der Sohn des Zeus, Perseus, wurde von ihm sorgfältig erzogen. Als Perseus herangewachsen war, überredete ihn sein Stiefvater, auf Taten auszuziehen und etwas Großes zu unternehmen. Der mutige Jüngling zeigte sich willig und bald waren sie einig darüber, dass Perseus der Medusa ihr furchtbares Haupt abschlagen und dem Könige nach Serifos bringen sollte. Perseus machte sich auf den Weg und kam unter Leitung der Götter in die ferne Gegend, wo Forkis, der Vater vieler entsetzlicher Ungeheuer, hauste. Zuerst traf er auf drei seiner Töchter, die Graien oder Grauen. Diese waren grauhaarig von Geburt an. Alle drei miteinander hatten sie nur ein Auge und einen Zahn, den sie einander gegenseitig abwechslungsweise zum Gebrauche liehen. Perseus nahm ihnen beides weg und als sie ihn flehentlich baten, das Unentbehrlichste ihnen doch wiederzugeben, zeigte er sich zur Zurückerstattung nur unter der Bedingung bereit, dass sie ihm den Weg zu den Nymphen zeigen sollten. Diese waren andere Wundergeschöpfe, die Flügelschuhe, einen Schubsack als Tasche und einen Helm von Hundefell besaßen. Wer sich damit bekleidete, konnte fliegen, wohin er wollte, sah, wen er wollte und wurde von niemand gesehen. Die Töchter des Forkes zeigten dem Perseus den Weg zu den Nymphen und erhielten Zahn und Auge von ihm zurück. Bei den Nymphen fand und nahm er, was er wollte, warf den Schubsack um, schnallte die Flügelschuhe an seine Knöchel und setzte den Helm aufs Haupt. Dazu erhielt er von Hermes eine Eherne Sichel und so ausgerüstet flog er zu dem Ozean, wo die anderen drei Töchter des Forkes, die Gorgonen, hausten. Die Dritte, die Medusa hieß, war allein sterblich. Darum war auch Perseus ausgesandt worden, ihr Haupt zu holen. Er fand die ungeheuer schlafend. Ihre Häupter waren mit Drachenschuppen übersät, mit Schlangen statt Haaren bedeckt. Große Hautzähne hatten sie wie Schweine, ehrende Hände und goldene Flügel, mit welchen sie flogen. Jeden, der sie ansah, verwandelte dieser Anblick in Stein. Das wusste Perseus. Mit abgewandtem Gesicht stellt er sich deswegen vor die Schlafenden und fing nur in seinem ehrenen glänzenden Schilde ihr dreifaches Bild auf. So erkannte er die Gorgomedusa heraus. Athene führte ihm die Hand und schnitt dem schlafenden Ungeheuer ohne Gefährde das Haupt ab. Kaum war dies vollbracht, so entsprang dem Rumpfe ein geflügeltes Ross, der Pegasus und ein Riese Krise Or. Beides waren Geschöpfe des Poseidon oder Neptunus. Perseus schob nun das Haupt der Medusa in den Schubsack und entfernte sich rücklings, wie er gekommen war. Indessen hatten sich die Schwestern Medusas vom Lager erhoben. Sie erblickten den Rumpf der getöteten Schwester und erhoben sich auf ihren Fittichen, den Räuber zu verfolgen. Diesen aber verbarg der Nymphenhelm vor ihren Augen und sie konnten ihn nirgends inne werden. In der Luft fassten inzwischen den Perseus die Winde und schleuderten ihn wie Regengewölk bald da, bald dorthin. Als er über den Sandwüsten Lybiens schwebte, rieselten blutige Tropfen vom Medusenhaupte auf die Erde nieder, welche sie auffing und zu bunten Schlangen belebte. Seitdem ist jenes Erdreich an feindseligen Nattern so ergebig. Perseus flog nun weiter westwärts und senkte sich endlich im Reiche des Königes Atlas nieder, um ein wenig zu rasten. Dieser hütete einen Hain voll goldener Früchte mit einem gewaltigen Drachen. Umsonst bat der Besieger der Gorgone ihn um ein Obdach. Für sein goldenes Besitztum Bange stieß ihn Atlas saß unbarmherzig von seinem Palaste fort. Da ergrimmte Perseus und sprach Du willst mir nichts gönnen. Empfange du wenigstens ein Geschenk von mir. Er holte die Gorgue aus dem Schubsacke hervor, wandte sich ab und streckte sie dem König Atlas entgegen. Groß wie der König war, wurde er augenblicklich zu Stein und in einen Berg verwandelt. Bart und Haupthaar dehnten sich zu Wäldern aus. Schultern, Hände und Gebein wurden Felsrücken. Sein Haupt wuchs als hoher Gipfel in die Wolken. Perseus nahm seine Fittiche wieder und schnallte sie sich an die Sohlen, hängte sich den Schubsack um, setzte den Helm auf und schwang sich in die Lüfte. Auf seinem Fluge kam er an eine Küste Äthiopiens, wo der König Kefeus regierte. Hier sah er an eine hervorragende Meeresklippe angebundene Jungfrau. Wenn nicht ihr Haupthaar ein Lüftchen bewegt hätte und in ihren Augen Tränen gezittert, so würde er sie für ein Marmorbild gehalten haben. Fast hätte er in der Luft die Flügel zu bewegen vergessen, so bezaubert war er von dem Reize ihrer Schönheit. Sprich, schöne Jungfrau, redete er sie an. Du, die du ganz anderes Geschmeide verdientest, warum bist du hier in Banden? Nenne mir doch den Namen deines Landes, nenne mir deinen eigenen Namen. Das gefesselte Mädchen schwieg verschämt. Sie scheute sich, den fremden Mann anzureden und hätte gern ihr Angesicht mit den Händen bedeckt, wenn sie sich hätte regen können. So aber konnte sie nur ihre Augen mit quellenden Tränen füllen. Endlich, damit der Fremdling nicht glauben möchte, sie habe eine eigene Schuld vor ihm zu verbergen, erwiderte sie, ich bin Kefeus, des Königs der Äthiopier Tochter und heiße Andromeda. Meine Mutter hatte gegen die Töchter des Nerois, die Meeresnümpfen, geprahlt, schöner zu sein als sie alle. Darüber zürnten die Nereiden und ihr Freund, der Meeresgott, ließ eine Überschwemmung und einen allesverschlingenden Haifisch über das Land kommen. Ein Orakelspruch versprach uns Befreiung von der Plage, wenn ich, die Tochter der Königin, dem Fische zum Fraße hingeworfen würde. Das Volk drang in meinen Vater, dieses Rettungsmittel zu ergreifen und die Verzweiflung zwang ihn, mich an diesen Felsen zu binden. Sie hatte die letzten Worte noch nicht ausgesprochen, als die Wogen aufrauschten und aus der Tiefe des Meeres ein Scheusal auftauchte, das mit seiner breiten Brust die ganze Wasserfläche umher einnahm. Das Mädchen jammerte laut auf, zugleich sah man Vater und Mutter herbeieilen, beide trostlos, doch in der Mutter Zügen drückte sich noch dazu das Bewusstsein der Schuld aus. Sie umarmten die gefesselte Tochter, aber sie brachten ihr nichts mit als Tränen und Wehklagen. Jetzt begann der Fremdling. Zum Jammern wird euch noch Zeit genug übrig bleiben. Die Stunde der Rettung ist kurz. Ich bin Perseus, der Sprössling des Zeus und der Danä. Ich habe die Gorgone besiegt und wunderbare Flügel tragen mich durch die Luft. Selbst wenn die Jungfrau frei wäre und zu wählen hätte, wäre ich kein verächtlicher Eidam. Jetzt werbe ich um sie mit dem Erbieten, sie zu retten. Nehmt ihr meine Bedingung an? Wer hätte in solcher Lage gezaudert? Die erfreuten Eltern versprachen ihm nicht nur die Tochter, sondern auch ihr eigenes Königreich zur Mitgift. Während sie dieses verhandelten, war das Untier wie ein schnell ruderndes Schiff herangeschwommen und nur noch einen Schleuderwurf von dem Felsen entfernt. Da plötzlich, das Land mit dem Fuße abstoßend, schwang sich der Jüngling Hochempor in die Wolken. Das Tier sah den Schatten des Mannes auf dem Meere. Während es tobend auf diesen los ging, als auf einen Feind, der ihm die Beute zu entreißen drohte, fuhr Perseus aus der Luft wie ein Adler herunter, trat schwebend auf den Rücken des Tieres und senkte das Schwert, mit dem er die Meduse getötet hatte, dem Haifisch unter den Kopf in den Leib bis an den Knauf. Kaum hatte er es wieder herausgezogen, so sprang der Fisch bald hoch in die Lüfte, bald tauchte er wieder unter in die Flut, bald tobte er nach beiden Seiten wie ein von Hunden verfolgter Eber. Perseus brachte ihm Wunde um Wunde bei, bis ein dunkler Blutstrom sich aus seinem Rachen ergoß. Indessen troffen die Flügel des Halbgotts und Perseus wagte nicht länger, sich dem wasserschweren Gefieder anzuvertrauen. Glücklicherweise erblickte er ein Felsriff, dessen oberste Spitze aus dem Meere hervorragte. Auf dieser Felswand stützte er sich mit der linken und stieß das Eisen drei bis vier Mal in das Gegröse des Ungetüms. Das Meer trieb die ungeheure Leiche fort und bald war sie in den Fluten verschwunden. Perseus hatte sich indessen ans Land geschwungen, hatte den Felsen erklommen und die Jungfrau, die ihn mit den Blicken des Dankes und der Liebe begrüßte, der Fesseln entledigt. Er brachte sie den glücklichen Eltern und der goldene Palast empfing ihn als Bräutigam. Noch dampfte das Hochzeitsmahl und die Stunden strichen dem Vater und der Mutter, dem Bräutigam und der geretteten Braut in sorgenfreier Eile dahin, als plötzlich die Vorhöfe der Königsburg mit einem dumpfen brausenden Getümmel sich füllten. Phineus, der Bruder des Königs Käfeus, der früher um seine Nichte Andromeda geworben, aber in der letzten Not sie verlassen hatte, nahte mit einer Schar von Kriegern und erneuerte seine Ansprüche. Den Speer schwingend trat er in den Hochzeitssaal und rief dem erstaunten Perseus zu, Sieh mich hier, der ich komme, die mir entrissene Gattin zu rächen, weder deine Flügel noch dein Vater Zeus sollen dich mir entreißen. So rief er, schon zum Speer Wurfe sich anschickend. Da ruf sich Käfeus, der König vom Male. Rasender Bruder, rief er, welcher Gedanke treibt dich zur Untat? Nicht Perseus raubt ihr die Geliebte. Sie wurde dir schon damals entrissen, als wir sie dem Tode preisgaben, als du zusahest, wie sie gefesselt wurde und weder als Oheim noch als Geliebter ihr deinen Beistand liehest. Warum hast du nicht selbst dir den Preis von dem Felsen geholt, an den er geschmiedet war? So lass wenigstens den, der ihn sich errungen hat, der mein Alter durch die Rettung meiner Tochter getröstet, in Ruhe. Fiehneus antwortete ihm nichts, er betrachtete nur abwechselnd mit grimmigen Blicken bald seinen Bruder, bald seinen Nebenbuhler, als besenne er sich, auf wen er zuerst zielen sollte. Endlich, nach kurzem Verzuge schwang er mit aller Kraft, die der Zorn ihm gab, den Speer gegen Perseus. Aber er tat einen Fehlwurf und die Waffe blieb im Polster hängen. Jetzt fuhr Perseus vom Lager empor und schleuderte seinen Spieß nach der Türe, durch welche Fiehneus eingedrungen war, und er würde die Brust seines Todfeindes durchbohrt haben, wenn dieser sich nicht mit einem Sprunge hinter den Haus Alltag geflüchtet hätte. Das Geschoss hatte die Stirn eines seiner Begleiter getroffen, und jetzt kam das Gefolge des Eingedrungenen mit den längst von der Tafel aufgestörten Gästen ins Hand Gemenge. Lang und mörderisch war der Kampf, aber der Eingebrochenen war die Mehrzahl. Zuletzt wurde Perseus an dessen Seite sich umsonst die Schwiegereltern und die Brautschutzflähen stellten, von Phineus und seinen Tausenden umringt. Die Pfeile flogen an ihnen von allen Seiten vorbei wie Hagelkörner im Sturme. Perseus hatte die Schultern an einen Pfeiler gelehnt und sich so den Rücken gedeckt. Von da zur Herrscher der Feinde gewendet, hielt er den Anlauf der Feinde ab und streckte einen um den anderen nieder. Erst als er sah, dass die Tapferkeit der Menge erliegen müsse, entschloss er sich das letzte aber untrügliche Mittel, das ihm zu Gebote stand, zu gebrauchen. Weil ihr mich genötigt, sprach er, will ich mir die Hilfe bei meinem alten Feinde holen, wende sein Antlitz ab, wer noch mein Freund ist. Mit diesen Worten zog er aus der Tasche, die ihm immer an der Seite hing, das Gorgonen Haupt, und streckte es dem ersten Gegner zu, der jetzt eben auf ihn eindrang. Suche andere, rief dieser verächtlich beim ersten flüchtigen Blicke, die du mit deinen Mirakeln erschüttern kannst. Aber als seine Hand sich heben wollte, den Wurfspieß abzusenden, blieb er mitten in dieser Gebärde versteinert wie eine Bildsäule und so wieder vor es einem nach dem anderen. Zuletzt waren nur noch zweihundert übrig. Da hub Perseus das Gorgonenhaupt hoch in die Luft empor, dass alle es erblicken konnten und verwandelte die zweihundert auf einmal ins starres Gestein. »Jetzt und sein trotz verwandelte sich in demütiges Flehen. »Lass mir nur das Leben, dein sei das Reich und die Braut«, rief er und kehrte sein verzagendes Angesicht seitwärts. Aber Perseus, über den Tod seiner neuen Freunde erbittert, kannte kein Erbarmen. »Verräter«, schrie er zornig. »Ich will dir für alle Ewigkeit ein bleibendes Denkmal in meines Schweres Haus stiften.« Und so sehr Finois bemüht war, dem Anblicke zu entgehen, so traf doch bald das ausgestreckte Schreckensbild sein Auge. Sein Hals erstarrte, sein feuchter Blick erharschte zu Stein, so blieb er stehen mit furchtsamer Miene, die Hände gesenkt in knechtischer, demütiger Stellung. Ohne Hindernis führte jetzt Perseus seine Geliebte Andromeda heim. Lange glückliche Tage erwarteten ihn und er fand auch seine Mutter Danae wieder. Doch sollte er an seinem Großvater Akrisios das Verhängnis erfüllen. Dieser war aus Furcht vor dem Orakel Spruche zu einem fremden Könige ins Pelaskerland geflohen. Hier half er Kampfspiele feiern, als eben Perseus ankam, der auf der Fahrt nach Argus begriffen war, wo er seinen Großvater begrüßen wollte. Ein unglücklicher wurft mit der Scheibe traf den Großvater von des Enkels Hand, ohne dass dieser jenen kannte oder treffen wollte. Nicht lange blieb ihm verborgen, was er getan. In tiefer Trauer begrub er den Akrisios außerhalb der Stadt und vertauschte das Königreich, das ihm durch des Großvaters Tod zugefallen war. Doch verfolgte ihn der Neid des Geschickes nicht länger. Andromeda gebar ihm viele herrliche Söhne und der Ruhm des Vaters lebte in ihnen fort. Eon Der König Erechtois von Athen erfreute sich einer schönen Tochter, die Kreusa hieß. Mit dieser hatte sich, ohne Wissen ihres Vaters, Apollo vermählt, und sie hatte ihm einen Sohn geboren, welchen sie aus Furcht vor dem Zorn ihres Vaters in eine Kiste verschloss und in der Höhle aussetzte, wo sie ihre heimlichen Zusammenkünfte mit dem Gotte gehalten hatte, in der Hoffnung, dass sich die Götter des Verlassenen erbarmen würden. Um aber den neugeborenen Knaben nicht ohne Erkennungszeichen zu lassen, hing sie ihm den Schmuck um, den sie als Jungfrau zu tragen pflegte. Apollo, dem als einem Gotte die Geburt seines Sohnes nicht verborgen geblieben war, und der, weder seine Geliebte verraten, noch den Knaben ohne Hilfe lassen wollte, wandte sich an seinen Bruder Hermes, welcher als Götterbote, ohne Aufsehen zu erregen, zwischen Himmel und Erde zu verkehren hatte. Lieber Bruder, sprach er, eine Sterbliche hat mir ein Kind geboren, es ist die Tochter des Königes Erechtois zu Athen, aus Furcht vor ihrem Vater hat sie es in einem hohlen Felsen verborgen. Hilf mir es retten, bring es in der Kiste, in der es liegt und mit den Windeln, in die es gewickelt ist, nach meinem Orakel zu Delphi und lege es dort auf die Schwelle des Tempels. Das Übrige lass meine Sorge sein, denn es ist mein Kind. Hermes, der geflügelte Gott, eilte nach Athen, fand den Knaben und trug ihn in dem geflochtenen Weidenkorbe, in welchem er verschlossen lag, nach Delphi, wo er ihn vor den Pforten des Tempels niedersetzte und den Deckel des Korbes öffnete, damit das Kind bemerklich würde. Dies geschah bei Nacht. Am anderen Morgen, als schon die Sonne emporstieg, kam die delphische Priesterin nach dem Tempel geschritten und als sie ihn betreten wollte, fiel ihr Auge auf das neugeborene Kind, das in der Kiste schlummerte. Sie hielt dasselbe für die Frucht irgendeines Verbrechens und war schon geneigt, es von der heiligen Schwelle fortzustoßen, als das Mitleid doch in ihrer Seele die Oberhand gewann, denn der Gott wandte ihr Herz und sprach in demselben für seinen Sohn. Die Prophetin nahm also das Kind aus dem Korbe und zog es auf, ohne seinen Vater und seine Mutter zu kennen. Der Knabe erwuchs, um den Altar seines Vaters spielend und wusste nichts von seinen Eltern. Es wurde ein stattlicher Jüngling. Die Bewohner von Delphi, die ihn schon als kleinen Tempelhüter gewohnt worden waren, setzten ihn zum Schatzmeister über alle Geschenke, die der Gott erhielt und so brachte er fortwährend ein ehrbares und heiliges Leben im Tempel seines Vaters zu. Inzwischen hatte Kreuser von dem Gotte nichts mehr erfahren und musste wohl glauben, dass er ihrer und ihres Sohnes vergessen habe. Um diese Zeit gerieten die Athener in einen Krieg mit den Bewohnern der Nachbarinsel Euböa, der bis zur Vertilgung geführt wurde und in welchen die Letzteren unterlagen. In diesem Kampfe war den Athenern besonders wirksam, ein Fremdling aus Achaia beigestanden. Es war dies Xutos, ein Sohn des Äolos, der selbst ein Sohn des Zeus war. Zum Lohne seiner Hilfe begehrte und erhielt er die Hand der Königstochter Kreuser. Aber es war, als ob der ihr heimlich angetraute Gott die Geliebte seinen Zorn empfinden ließe, dass sie sich einem anderen vermählt hatte, denn ihre Ehe war nicht mit Kindern gesegnet. Nach langer Zeit verfiel Kreuser auf den Gedanken, sich an das Orakel zu Delphi zu wenden und von ihm Kindersegen zu erflehen. Dies war es, was Apollo gewollt, denn er hatte seines Sohnes keines Weges vergessen. So brach die Fürstin mit ihrem Gemahl und einem kleinen Gefolge von Dienerinnen auf und wallfahrtete zu dem Tempel nach Delphi. Als sie vor dem Gotteshause ankamen, trat gerade der junge Sohn Apollos über die Schwelle, um gewohnter Weise das Tor und den Vorhof mit Lorbeerzweigen zu fegen. Da fiel sein Auge auf die edle Matrone, welche auf die Tore des Tempels zugewandelt kam und der beim Anblicke des Heiligtums Tränen über die Wangen rollten. Er wagte es, die Frau, deren würdige Gestalt ihm auffiel, bescheiden um die Ursache ihres Kummers zu befragen. Es wundert mich nicht, o Jüngling, erwiderte sie seufzend, dass meine Traurigkeit einen Blick auf sich zieht. Habe ich doch Geschicke zu beweinen, die man mir wohl ansehen mag. Die Götter verfahren oft hart mit uns Sterblichen. Ich will deinen Kummer nicht weiter stören, sprach der Jüngling, aber sage mir, wenn es zu wissen erlaubt ist, wer du bist und von wann du kommst. Ich bin Kräuser, antwortete die Fürstin. Mein Vater heißt Erechtheus, mein Vaterland ist Athen. Mit unschuldiger Freude rief der Jüngling, ei, aus welchem berühmten Lande, aus welch berühmten Geschlechte stammst du? Aber sage mir, ist es wahr, wie man es auf Bildern bei uns sieht, dass deines Vaters Großvater Erich Tonios aus der Erde wie ein anderes Gewächs emporgesprossen ist, dass die Göttin Athene den erdgeborenen Knaben in eine Kiste eingeschlossen, ihm zwei Drachen als Wächter beigegeben und das Kistchen den Töchtern des Kekrops zur Bewahrung überlassen habe, dass diese aus Neugierde dasselbe eröffnet und beim Anblicke des Knaben in Wahnsinn geraten und Kräuser bejahte die Frage schweigend denn das Schicksal ihres Urahns erinnerte sie an das Geschick ihres verlorenen Sohnes dieser aber der vor ihr stand fuhr fort unbefangen weiter zu fragen sage mir auch hohe Fürstin ist es wahr dass dein Vater Errechtheus seine Töchter deine Schwestern auf den Ausspruch eines Orakels und mit ihrem freien Willen dem Tode geopfert um über die Feinde zu siegen und wie kam es dass du allein gerettet worden bist ich war sprach Kräuser ein neugeborenes Kind und lag in den Armen der Mutter und ist es auch wahr so fragte der Jüngling weiter dass dein Vater Errechtheus von einem Erdspalt verschlungen worden ist dass der Dreizack Poseidons ihn verderbt hat und dass in der Nähe seines Erdgrabes eine Grotte ist die mein Herr der Pythische Apollo so lieb hat O schweige O schweige mir von jener Grotte Fremdling unterbrach ihn seufzend Kräuser in ihr ist eine Treulosigkeit und ein großer Frevel begangen worden Die Fürstin schwieg eine Weile sammelte sich wieder und erzählte dem Jüngling in welchem sie den Tempelhüter des Gottes erkannte dass sie die Gemahlin des Fürsten Xutos und mit diesen nach Delphi gewallfahrtet sei um für ihre unfruchtbare Ehe den Segen Gottes zu erflehen Phöbos Apollo sprach sie mit einem Seufzer kennt die Ursache meiner Kinderlosigkeit er allein kann mir helfen So bist du kinderlos Unglückliche sagte betrüb der Jüngling Ich bin es längst erwiderte Kräuser und ich muss deine Mutter beneiden guter Jüngling die sich eines so hold seligen Sohnes erfreut Ich weiß nichts von einer Mutter und von einem Vater gab der junge Mann betrübt zur Antwort Ich lag nie an eines Weibes Brust Ich weiß auch nicht wie ich hierher gekommen bin Nur so viel weiß ich aus dem Munde meiner Pflegemutter der Priesterin dieses Tempels dass sie sich meiner erbarmt und mich groß gezogen hat Das Haus Gottes ist seitdem meine Wohnung und ich bin sein Knecht Bei diesen Mitteilungen wurde die Fürstin sehr nachdenklich doch drängte sie ihre Gedanken in die Brust zurück und sprach die traurigen Worte trofon zu zu hören zu hören den Tempel betritt jene frau behauptet vor ihrer jetzigen ehe mit dem großen gotte phöbos apollo vermählt gewesen zu sein und ihm ohne wissen ihres vaters einen sohn geboren zu haben diesen setzte sie aus und weiß seitdem nichts mehr von ihm nicht ob er das sonnenlicht schaut oder nicht über sein Leben oder seinen Tod den Gott auszuforschen bin ich im Namen meiner Freundin hierher gekommen wie lang ist es her dass der Knabe tot ist fragte der Jüngling wenn er noch lebte so hätte er dein Alter o Knabe sprach Kreuser oh wie ähnlich ist das Schicksal deiner Freundin und das meine rief mit dem Ausdrucke des Schmerzes der junge Mann sie sucht ihren Sohn und ich suche meine Mutter doch ist was ihr geschehen ist fern von diesem Land geschehen und leider sind wir beide einander ganz fremd hoffe auch nicht dass der Gott von seinem drei Fuße dir die gewünschte Antwort erteilen wird bist du doch gekommen ihn im Namen deiner Freundin einer Treulosigkeit anzuklagen er wird nicht über sich selbst Richter sein wollen halt ein Jüngling rief jetzt Kreuser dort sehe ich den Gatten jener Frau herannahen lass dir nichts von dem merken was ich dir vielleicht allzu vertraulich vorgeplaudert habe habe xutos kam fröhlich in den tempel und auf seine gemahlin zugeschritten frau rief er ihr entgegen trofonios hat einen glücklichen ausspruch getan ich soll nicht ohne kinder von hinnen ziehen aber sage mir wer ist dieser junge prophet gottes der jüngling trat dem fürsten bescheiden entgegen und erzählte ihm wie er nur der tempel diene apollos sei und im innersten heiligtum die vornehmsten delphier selbst durchs los ausgewählt den dreifuß umlagern von dem jetzt eben die priesterin orakel zu geben bereit sei als der fürst dieses hörte befahl er kräuser sich mit den zweigen zu schmücken welche bittflehende zu tragen pflegen und an dem altare des gottes der mit lorbeer umwunden unter freiem himmel stand zu apollo zu beten dass er ihnen ein günstiges orakel senden möge er selbst eilte nach dem heiligtume des tempels indes der junge schatzmeister des gottes im vorhofe seine wache fortsetzte es hatte nicht sehr lange gedauert so hörte dieser die türen des innersten heiligtums gehen und sich dröhnend wieder schließen dann sah er den xutos in freudiger bestürzung herauseilen dieser warf sich mit ungestüm dem jungling um den hals nannte ihn zu wiederholten malen seinen sohn und verlangte seinen handschlag und kindes kuss der junge mann aber der von alledem nichts begriff hielt den alten für wahnsinnig und stieß ihn mit jugendlicher Kraft von sich doch xutos ließ sich nicht abweisen der gott selbst hat es mir geoffenbart sprach er sein spruch lautete der erste der mit draußen begegnen würde der sei mein sohn und ein götter geschenk wie das möglich ist weiß ich zwar nicht denn meine gattin hat mir nie zuvor kinder geboren doch trau ich dem gotte mag er selbst sein geheimnis enthüllen jetzt gab sich auch der jüngling der freude hin doch halt nur und mitten unter den küssen und umarmungen seines vaters musste er seufzen o geliebte Mutter wer bist du wo bist du wann wird es mir vergönnt sein auch dein teures antlitz zu schauen dazu kamen ihm große zweifel wie die kinderlose gemahlin des xutos die er nicht zu kennen glaubte ihn als unerwarteten stiefsohn aufnehmen wie die stadt athen den nicht gesetzlichen erben ihres fürsten empfangen würde sein vater hieß ihn aber guten mutes sein er versprach ihm ihn den athenern und seiner gattin als einen fremdling und nicht als seinen sohn vorzustellen und gab ihm den namen ion ion das heißt gänger weil er im tempel den ihm entgegen gehenden als seinen sohn erkannt hatte kreuser war indessen von dem altare apollos vor dem sie sich betend niedergeworfen nicht gewichen sie wurde endlich in ihrem brünstigen flehen von ihren dienerinnen unterbrochen welche sich ihr unter wehklagen nahten unglückliche herrin riefen sie ihr entgegen dein gatte zwar ist in große freude versetzt du aber wirst nie ein eigenes kind in deine arme nehmen und an deine brust legen ihm freilich hat Apollo einen Sohn gegeben einen erwachsenen Sohn den ihm vor Zeiten wer weiß welch ein Nebenweib geboren hat als er aus dem Tempel trat kam ihm dieser entgegen er wird sich seines wiedergefundenen Kindes freuen du aber wirst wie zuvor einer Witwe gleich im öden Hause wohnen die arme Fürstin deren Geist der Gott selbst mit Blindheit geschlagen zu haben schien dass sich ein so naheliegendes Geheimnis ihr nicht enthüllte brütete über ihrem traurigen Schicksal eine Weile fort endlich fragte sie nach der Person und dem Namen des Stiefsohnes den sie so so unver so unvermutet erhalten hatte es ist der junge Tempelhüter den du schon kennst erwiderten die Dienerinnen Sein Vater hat ihm den Namen Ion gegeben wer seine Mutter ist wissen wir nicht jetzt ist dein Gatte zu dem Altare des Backos gegangen um heimlich für seinen Sohn zu opfern und dann mit ihm den Erkennungsschmaus zu feiern uns hat er unter Androhung des Todes verboten dir o Herren die Geschichte zu entdecken nur unsere große Liebe zu dir hat uns vermocht dieses Verbot zu übertreten du wirst uns ja nicht bei ihm verraten jetzt trat aus dem Gefolge ein alter Diener hervor der dem Stamme der Erechthiden mit blinder Treue anhing und seiner Gebieterin mit großer Liebe zugetan war dieser schallt den Fürsten Xutos einen treulosen Ehebrecher und ließ sich von seinem Eifer so weit verleiten dass er ihr das Anerbieten machte den Bastard der das Erbe der Erechthiden unrechtmäßiger Weise an sich bringen würde aus dem Wege zu räumen Kreuser glaubte sich von ihrem Gatten und von ihrem früheren Geliebten dem Gott Apollo verlassen und betäubt von ihrem Kummer ließ sie den frevelhaften Anschlägen des Greisen allmählich ihr Ohr und machte ihn auch zum Vertrauten ihres Verhältnisses zu dem Gott als Xutos mit Ion in welchem er unbegreiflicher Weise einen Sohn gefunden zu haben meinte den Tempel des Gottes verlassen hatte begab er sich mit ihm nach dem doppelten Gipfel des Berges Panassos wo der Gott Bacchus nicht weniger heilig als Apollo selbst von den Delphiern verehrt und mit seinem wilden Orgiendienste von den Frauen gefeiert wurde nachdem er hier ein Trankopfer ausgegossen zum Danke für den gefundenen Sohn errichtete Ion im Freien mit Hilfe der Dieder die ihn begleitet hatten ein herrliches und geräumiges Zelt das er mit schön gewirkten Teppichen bedeckte die er aus Apollos Tempel hatte herbeischaffen lassen In dem Zelte wurden lange Tafeln aufgestellt und mit silbernen Schüsseln voll köstlicher Speisen und goldenen Bechern voll des edelsten Weines belastet Dann sandte der Athener Xutos seinen Herold in die Stadt Delphi und lud sämtliche Einwohner ein an seiner Freude teilzunehmen Bald füllte sich das große Zelt mit begrenzten Gästen und sie tafelten in Herrlichkeit und Freude Beim Nachtische trat ein alter Mann dessen sonderbare Gebärden den Gästen zur Belustigung dienten mitten in den Saal des Zeltes und maßte sich das Amt des Mundschenken an Xutos erkannte in ihm jenen greisen Diener seiner Gemahlin Kreuser lobte den Gästen seinen Eifer und seine Treue und ließ ihn arglos schalten Der Alte stellte sich an den Schenktisch und fing an sich der Becher anzunehmen und die Gäste zu bedienen Als nun gegen Schluss des Mahles die Flöten ertönten befahl er den Knechten die kleinen Becher von der Tafel wegzunehmen und den Gästen große silberne und goldene Trinkgefäße fortzusetzen Er selbst ergriff das herrlichste Gefäß und trat als wollte er damit seinen neuen jungen Herrn ehren an den Schenktisch füllte es zu oberst mit köstlichem Weine schüttete aber zugleich unvermerkt ein tödliches Gift in den Becher in dem er sich nun damit dem Ion näherte und einige Tropfen des Weines als Trankopfer auf den Boden goss entfuhr zufälligerweise einem der nahestehenden Knechte ein Fluch Ion der unter den heiligen Gebräuchen des Tempels aufgewachsen war erkannte darin eine böse Vorbedeutung und befahl indem er den vollen Becher auf den Boden schüttete dass ihm ein neuer Becher gereicht würde aus welchem er selbst feierlich das Trankopfer ausgoss während alle Gäste aus ihren Bechern dasselbe taten während dies geschah flatterte eine Schar heiliger Tauben die im Tempel des Apollo unter dem Schirme des Gottes aufgefüttert wurden lustig in das Zelt herein als sie die Ströme Weines sahen die von allen Seiten ausgegossen wurden ließen sie sich lüstern gemacht auf den Boden nieder und fingen an von dem herumschwimmenden Weine mit ausgereckten Schnäbeln zu nippen und allen übrigen schadete das Trinkopfer nicht nur die eine Taube die sich an die Stelle gesetzt hatte wo Ion seinen ersten Becher ausgegossen schüttelte so wie sie den Trank gekostet hatte krampfhaft ihre Flügel fing zum Staunen aller Gäste zu ächzen und zu toben an und starb unter Flügelschlag und Zuckungen da erhub sich Ion von seinem Sitze streifte sein Gewand zürnend von den Armen ballte die Fäuste und rief wo ist der Mensch der mich töten wollte rede alter denn du hast deine Hand dazu geliehen du hast mir den Trank gemischt damit fasste er den Greis bei der Schulter um ihn nicht wieder los zu lassen dieser überrascht und erschrocken gestand die ganze Freveltat als von Kräuser her rührend da verließ der durch Apollos Orakel für des Xutos Sohn erklärte Ion das Zelt und alle Gäste folgten ihm in wilder Aufregung nach als er draußen im Freien stand erhob er die Hände umringt von den vornehmsten Delphiern und sprach Heilige Erde du bist mein Zeuge dass dieses fremde Erech Tidenweib mich mit Gift aus dem Wege räumen will steiniget steiniget sie Er erscholl es von der Versammlung der Delphier wie aus einem Munde und die ganze Stadt brach mit Ion auf die Verbrecherin zu suchen Xutos selbst dem die schreckliche Entdeckung seine Besinnung geraubt hatte wurde von dem Strome mit fortgerissen ohne zu wissen was er tat Kreuser hatte am Altar Apollos die Früchte ihrer verzweifelten Tat erwartet diese aber keimten ganz anders auf als sie vermutet hatte ein Tosen aus der Ferne schreckte sie aus ihrer Versunkenheit auf und noch ehe es ganz nahe kam war dem heranstürmenden Haufen einer der Knechte ihres Gemahls der ihr selbst vor anderen getreu war vorangeeilt und hatte kaum Zeit gehabt die Entdeckung ihres Frevels und den Beschluss den das Volk von Delphi gefasst hatte ihr zu melden ihre Dienerinnen schaden sich um sie halte dich fest am Altare Gebeterin riefen sie denn sollte dich auch der heilige Ort nicht vor deinen Mördern schützen so werden sie doch durch deine Ermordung eine unsühnbare Blutschuld auf sich laden Indessen kam die tobende Schar der Delphia von Ion angeführt dem Altare immer näher noch noch jünglinge zürnende worte die der wind durch die lüfte führte die Götter haben es gut mit mir gemeint rief er in lautem Grimme dass dieser Frevel mich von der Stiefmutter befreien sollte die mich zu Athen erwartete »Wo ist die Verruchte, die Fieper mit der Giftsunge, der Drache mit dem Tod speiernden Flammenauge? Auf, dass die Mörderin vom höchsten Felsen in den Abgrund gestürzt werde!« Das ihn begleitende Volk brüllte Beifall. Jetzt waren sie am Altare angekommen, und Ion zehrte an der Frau, die seine Mutter war, und in der er nur seine Todfeindin erkannte, um sie von dem Asyl, auf dessen Heiligkeit und Unverletzlichkeit sie sich berief, hinwegzureißen. Aber Apollo wollte nicht, dass sein eigener Sohn der Mörder seiner Mutter würde. Auf seinen göttlichen Wink war das Gerücht von dem gedrohten Verbrechen Kreusens und der Strafe, welche sie dafür erwartete, schnell bis in den Tempel und zu den Ohren der Priesterin gedrungen, und der Gott hatte ihren Sinn erleuchtet, sodass sie einen raschen Blick in den Zusammenhang aller Ereignisse warf, und ihr plötzlich klar wurde, dass ihr Pflegling Ion nicht des Xutos, wie sie selbst nebelhaft prophezeit hatte, sondern Apollos und Kreusas Sohn sei. Sie verließ den Dreifuß und suchte das Kistchen hervor, in welchem der neugeborene Knabe samt einigen Erkennungszeichen, die sie gleichfalls sorgsam aufbewahrt hatte, einst zu Delphi vor dem Tempeltor ausgesetzt worden war. Mit diesem im Arme eilte sie ins Freie und nach dem Altare, wo Kreuser gegen den eindringenden Ion um ihr Leben kämpfte. Als Ion die Priesterin herannahen sah, ließ er sogleich von seiner Beute ab, ging ihr ehrerbietig entgegen und rief, Sei mir willkommen, liebe Mutter, denn so muss ich dich nennen, obgleich du mich nicht geboren hast. Hörst du, welchen Nachstellungen ich entgangen bin? Kaum habe ich einen Vater gefunden, so sind auch schon die böse Stiefmutter auf meinen Tod. Nun sage mir, Mutter, was soll ich tun, denn deiner Mahnung will ich folgen. Die Priesterin erhob warnend ihren Finger und sprach, Ion, geh mit unbefleckter Hand und unter günstigen Vogelzeichen nach Athen. Ion besann sich eine Weile, ehe er antwortete, Ist denn der nicht fleckenlos, sprach er endlich, der seine Feinde tötet? Tue du nicht also, bis du mich gehört hast, sagte die ehrwürdige Frau. Siehst du dieses alte Körbchen, das ich, mit frischen Kränzen umwunden, in meinen Armen trage? In diesem bist du einst ausgesetzt worden, aus ihm habe ich dich hervorgezogen. Ion staunte. Davon, Mutter, sprach er, hast du mir nie etwas gesagt? Warum hast du es so lange vor mir verborgen? Weil der Gott, antwortete die Priesterin, dich bis hierher zu seinem Priester haben wollte. Jetzt, wo er dir einen Vater gegeben hat, entlässt er dich nach Athen. Was soll mir aber dieses Kistchen helfen, fragte Ion weiter. Es enthält die Windeln, in welchen du ausgesetzt worden bist, lieber Sohn, antwortete die Priesterin. Meine Windeln, sprach Ion heftig. Nun, das ist ja eine Spur, die mich auf meine rechte Mutter führen kann. Oh, erwünschte Entdeckung! Die Priesterin hielt ihm nun das offene Kistchen hin, und Ion griff gierig hinein und zog die reinlich zusammengewickelte Leinwand heraus. Während er seine betränten Augen auf die kostbaren Überbleibsel heftete, hatte sich Kreuzers Angst allmählich verloren und ein Blick auf das Kistchen, ihr die ganze Wahrheit entdeckt. Mit einem Sprunge verließ sie den Altar, und mit dem Freudenrufe, »Sohn«, hielt sie den staunenden Ion umschlungen. Diesem schlich sich aufs Neue Misstrauen ins Herz. Er fürchtete die Umarmungen der Fremden als eine Hinterlist und wollte sich unwillig losmachen. Aber Kreuzer selbst raffte sich zusammen, trat einige Schritte zurück und sprach, »Diese Leinwand soll für mich zeugen, Kind. Wickle sie getrost auseinander. Du wirst die Zeichen finden, die ich dir angebe. Die Stickerei, die sie schmückt, ist das Werk meiner mädchenhaften Nadel. In der Mitte des Gewebes muss ich das Gorgonenhaupt finden, umringt von Schlangen wie auf dem Ägäisschilde.« Ungläubig entfaltete Ion die Windeln. Aber mit einem plötzlichen Freudenschrei rief er aus, »O großer Zeus, hier ist die Gorgone, hier sind die Schlangen!« »Noch nicht genug«, sprach Kreuzer, »es müssen in dem Kistchen auch kleine goldene Drachen sein, zur Erinnerung an die Drachen in der Kiste des Erichtonios, ein Halsschmuck für das neugeborene Knäbchen.« Ion durchforschte den Korb weiter und mit wonnigem Lächeln zog er bald auch die Drachenbilder hervor. »Das letzte Zeichen«, rief Kreuzer, »muss ein Kranz aus den unverwelklichen Oliven sein, die vom erstgepflanzten Ölbaume Athenis stammen und den ich meinem neugeborenen Knaben aufgesetzt.« Ion durchsuchte den Grund des Kistchens und seine Hand brachte einen schönen grünen Olivenkranz hervor. »Mutter, Mutter«, rief er mit einer von schluchzenden Tränen unterbrochenen Stimme, fiel Kreuzen um den Hals und bedeckte ihre Wangen mit Küssen. Endlich riss er sich von ihrem Halse los und verlangte nach seinem Vater Xoutos. Da entdeckte ihm Kreuzer das Geheimnis seiner Geburt und wie er des Gottes Sohn sei, dem er so lang und getreu im Tempel gedient habe. Auch die früheren Verwicklungen und die letzte Verehrung Kreuzens wurden ihm jetzt klar, und er fand selbst den verzweifelten Anschlag seiner Mutter auf des unerkannten Sohnes Leben verzeihlich. Xoutos nahm den Ion, obgleich nur als Stiefsohn, doch auch so als ein teures Göttergeschenk in seine Arme und alle drei erschienen wieder im Tempel, dem Gotte zu danken. Die Priesterin aber weissagte von ihrem Dreifuß herab, dass Ion der Vater eines großen Stammes werden sollte, Ionia, nach seinem Namen genannt. Auch dem Xoutos weissagte sie Nachkommenschaft von Kreuzen, einen Sohn, der Doros heißen und der weltberühmten Doria Vater werden sollte. Mit so freudigen Erfüllungen und Hoffnungen brach das Fürstenpaar von Athen mit dem glücklich gefundenen Sohn nach der Heimat auf und alle Einwohner Delphi.